Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf Gameplay Gamers und natürlich auch auf YouTube. Heute möchte ich euch die Anime-Serie The Candidate for Godess vorstellen. Die ist zu einiger Zeit auf DVD erschienen, eine Blu-ray-Fassung gibt es meines Erachtens nach nicht. So sieht die Box dann von der Seite aus. Also vorne habt ihr dann das Toxic Sushi und das Nippon Art Logo. Da drunter nehme ich dann noch ein Artwork und hier dann der Schriftzug The Candidate for Godess. Ich hoffe man kann das jetzt so ein bisschen erkennen, weil ich sehe gerade an der Kamera, ist die dunkle Packung nicht so ganz gut. Und drei DVDs sind hier enthalten. Ja, so sieht die Box an der Rückseite aus. Ich halte sie euch gerne mal in die Kamera, dann könnt ihr den Text gerne durchlesen. Sollte man halbwegs gut erkennen können, hoffe ich zumindest. Ja, jetzt verzieht sie leider schon wieder. Aber hier sind dann auch noch ein paar Artworks drauf und Screenshots aus der Serie. Erinnert so ein bisschen an Gundam Wing. Hat auch nur 13 Folgen und kann damit nicht so ganz die Qualität erreichen. Ist aber trotzdem eine nette kleine Handlung. Jedenfalls liegen alle Folgen im Format 4 zu 3 vor. Das Don-Format 5 zu 1 Dolby Digital in Deutsch und Dolby Digital 2.0 auf Japanisch. Es gibt deutsche Untertitel. Laufzeit 300 Minuten. Das sind dann bei 12 Episoden ca. 25 Minuten pro Folge. Und extra Sticker und Poster. Also das typische Nippon Art Programm. Ach so, was man sagen sollte. Ich habe das natürlich als Muster von Nippon Art bekommen. Und habe entsprechend auch schon eine Rezension auf Gameplay Gamers veröffentlicht, die ihr sehr gerne durchlesen könnt. So sieht die Anime Box dann hier von innen aus. Also ich habe den Schuba jetzt mal rausgeholt. Das FSK 16 Logo ist dann hier aufgedruckt. Hier auf der Außenpackung werdet ihr sicherlich nur aufgeklebt finden, wenn es verschweißt ist. Kriegt man also leicht ab. Hier muss es dann eben drauf sein. So sieht dann nochmal das Artwork auf der anderen Seite aus. Und hier sind dann noch die ganzen Charaktere abgebildet. Was ich ziemlich schön finde, wenn man das so gestaltet hat. Weil man halt auch denkt, dass das Bild hier 1 zu 1 weiter geht. Und so sieht das dann hier mit den 3 DVDs aus. Die auch sehr sehr schön bedruckt sind. Also die sehen alle anders aus. Finde ich sehr sehr gut. Ja und wie gesagt, inhaltlich als Bonusmaterial gibt es dann hier einen Sticker. Der ist dann mal wieder so vierlagig abziehbar. Und ein Poster zur Serie ist ebenfalls wieder dabei. Ist auch größer als die nach vier. Finde ich ganz gut. Ist auch ein sehr sehr schönes Poster. Kann man sich gerne an seine vier Wände hängen, wenn einem so etwas Spaß macht. Ja es ist halt so ein quasi... Es spielt im Grunde komplett im Weltraum. Ich weiß gar nicht mehr, ob es irgendwie Bodenmissionen gibt. Das ist ja schon sehr lange her, wo ich mir die Anime-Serie angeschaut habe. Ist aber hauptsächlich eben so ausgelegt, dass die Charaktere in diesen großen, ja, Roboter-ähnlichen, ja, Kampfrobotern... Roboter-ähnliche Kampfroboter. Sehr gut ausgedrückt. Jedenfalls darin kämpfen die und so weiter. Und das ist eben der Hauptcharakter, der dann eben seine Ausbildung macht und die schneller voranschreitet, als man denkt. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr netter Anime. Und hier kann man zum Beispiel an der Box noch erkennen, das dürfte beim Versand passiert sein, dass es hier was eingedrückt wurde. Ich hoffe nicht, dass das passiert, wenn die Box noch verschweißt ist. Aber sollte mal erwähnt sein, achtet mal drauf, wenn ihr es kauft. Wenn ihr Sammler seid, ist das natürlich ärgerlich. Wenn das dann so auf der Rückseite im Regal steht, man sieht das ja irgendwie doch. Gut, wenn ihr irgendwelche Fragen zu The Candidate for Godest habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ihr dürft auch sehr gerne meine Rezensionen auf Gameplay Gamers durchlesen, wenn euch die Anime-Serie interessiert. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr dürft mich auch sehr gerne abonnieren. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuschaut, wenn ich irgendetwas unboxe. Also nochmal vielen Dank und bis dahin. Tschüss.